Sarah Nuru verkündet auf Instagram per Video die süßen Neuigkeiten und ihr Management bestätigt auf Anfrage ebenfalls die Geburt. Die ehemalige Gewinnerin von Heidi Klum's Castingshow Germany's Next Topmodel ist zum ersten Mal Mutter geworden. Auf dem Video sieht man, wie sie einen Kinderwagen durch die winterliche Landschaft schiebt. In den Kommentaren gratulieren die Fans. Ira Meindl, die 2009 ebenfalls bei GNTM als Kandidatin aufgetreten ist, schreibt erfreut, oh Sarah, herzlichen Glückwunsch mit einem Herz-Emoji. In der NDR Talkshow im September 2022 bestätigt Sarah Nuru, dass sie in freudiger Erwartung ist und die erste Hälfte ihrer Schwangerschaft hinter sich hat. Über den Vater oder das Geschlecht des Babys schweigt das Model aber. Passend zu ihrem entspannten Spaziergang im Winter Wonderland wählt die Unternehmerin, die äthiopischen Kaffee vertreibt, ein Küken-Emoji und verkündet damit die für sie schönste Nachricht des Jahres. Ihr kleines Wunder ist geschlüpft.